So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und der Adi ist auch wieder am Start. Guckt dir das an, der freut sich schon, denn heute gibt es wieder Adventskalender. Einmal für den Adi, einmal für mich. Mit dem Adi fangen wir natürlich an. Deswegen holen wir uns hier den und brauchen heute das Türchen Nummer 10. Wenn wir es finden, kennt ihr das vom Kanal Phänomenal, wie der den Adventskalender komplett gegessen hat in einem? Musst aber jedes Mal das neue Türchen wieder suchen. Das war auf jeden Fall schwieriger als gedacht. Jetzt haben wir hier drin, guckt euch das mal an. Was ist das denn, Adi? Guck mal, was ist das? Siehst du das? Kommst du da ran? Greif mal rein, mit der Pfote am besten. Das wird doch so nix. Bruder, warte, ich helfe dir. Wir holen es wieder mal raus. Der Adi ist unbeholfen. Aber ich glaube, heute klappt das besser als gestern. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Haufen in der Hand und wir gucken mal. Adi, hast du heute Hunger? Ja? Oh, 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 oh. Da hat er Bock. Da will er das Futter. Guck dir das an, wie der das wegschlingt. Da muss ich es nicht mal ins Becken reinfüllen. Er isst einfach die ganze Hand. Da ist noch ein Krümel. Mhh, richtig gut, Adi. Ja, es ist... Er legt halt noch ein bisschen rum. Es ist auf jeden Fall jetzt vorbei. Das ist sehr schön. Meine kleine Wurst, meine kleine Wurst. Und jetzt haut er ab. Toll. Kommt nur zum Fressen her oder was? Und der Rest ist ihm egal. Wir haben aber den Bia-Adventskalender. Da müssen wir heute auch die Nummer 10 aufmachen. Und die finden wir heute bei... Genau, hier oben in der Ecke. Und oh mein Gott. Ach Mann, ich verstehe es nicht. Jetzt habe ich mich schon gefreut. Als ich den Deckel gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott. Das wird jetzt das heftigste Etikett werden. Guckt euch diesen Deckel an. Wie genial. ABK. 1308. Aktienbrauerei. Und hier dieser goldene Löwe. Die goldenen Sterne. Der rote Hinterkron. Dieses goldene... Der goldene Strich durch. Richtig heftig. Und dann guckst du das Etikett an und denkst... Toll. Wieder ein deprimierendes. Monotones. Einfarbiges. Also theoretisch sind es ja zwei Farben. Aber wie kann man denn so einen heftigen Deckel machen? Und dann lässt man so nach. Das passt doch gar nicht zusammen. Den Deckel, den haben sie aus Versehen da drauf gemacht, glaube ich. Wir haben auf jeden Fall ein ABK. Jetzt wissen wir, der YouTuber ABK. Wofür der steht. Nämlich für Aktienbrauerei. Aber das K ist ja auch noch übrig. Achso. Aktienbrauerei. Kauf. Beuren. Äh, Kauf. Ja, Kauf. Aktienbrauerei. Kauf Beuren. Habt ihr schon mal Kauf Beuren gehört? Schreibt es mal in die Kommentare. Hier auch. A Hells Beer. Heißt es ist ein teuflisches Bier? Oder ist es einfach nur ein helles Bier? A Hells Beer. Obwohl, ja, Bier ist ja wieder Deutsch. A Hells Beer. Also wahrscheinlich einfach ein helles Bier. finden viele krass. Mir gefällt das trotzdem. Wenn ich das so sehe, würde ich da nicht unbedingt direkt zugreifen, weil mich das Etikett farblich nicht so anspricht. Äh, von den Logos, von der Aufteilung her sieht es natürlich gut aus. Ja, muss man schon sagen, ist bei mir trotzdem nur eine 3. Eine 3 von 5. Deswegen machen wir mal den Deckel, der eine, den Kronkorken, der eine 5 von 5 verdient hätte. Aber ja leider nur das Etikett zählt. Guckt euch den Psycho an, wie der da vorguckt. Vision. Was ist denn? Willst du es selber aufmachen? Bruder, beruhige dich. Alles wird gut. Jetzt guckt er wieder wie ein Arsch. Aber die nicht immer so, es gibt keinen Grund dafür. Man kann über alles reden, ja. Toll. Abgerutscht. Hier kommt auf jeden Fall Schaum raus. 3 von 5 fürs Etikett. Jetzt schenken wir aber ein, das ist wichtig, wie sieht die Farbe aus, ne. Ihr wisst, A Hells Beer, ne. Ein höllisches Bier, ein helles Bier. Das ist Interpretationssache. Ich sehe ganz deutlich aber, es ist ein helles Bier. Und es ist so hell. Das ist mir schon zu hell, würde ich direkt auch sagen. Ich glaube, wir schaffen es auch nicht, das ganze Bier in eins reinzufüllen. Das erfordert jetzt, äh, Spitzengefühl. Also, äh, irgendwas. Oh mein Gott, ich glaube, gleich läuft es außen über alles. Wir dürfen es nicht bewegen. Die Schaumkrone zittert vor sich hin, aber die geht ja jetzt noch ein bisschen ein. Das sieht man schön, wie das alles aufsteigt. Die Kohlensäure. Oh yeah. Aber die tut ja keinen Zwang an. Ich will dich doch nicht bloßstellen oder so. Kein Problem. Ich sitze doch auch auf der Toilette. Genau. Noch Zuscharen haben wir nämlich vergessen. Ich muss auch, vergesse auch immer zu spülen. Wir haben hier auf jeden Fall die Kohlensäure. Steigt schön auf, das, äh, brickelt schön, wenn man das sehen würde. Brr, 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 brr. Ist aber natürlich nicht so genial, stark, kräftig, wie andere, die ich schon jetzt hatte dabei. Ne, so ein helles Bier ist es vielleicht genau richtig. Es ist auf jeden Fall nicht trüb. Es ist nicht trüb, es ist einfach genau, es ist klar, aber es ist hell. Mir ist es aber auf jeden Fall zu hell. Ich brauch das kräftiger. Ich will das, das muss, das muss knallen, ne. Für die Farbe, weil es nicht, äh, weil es trotzdem schön, äh, klar ist, würde ich trotzdem auch eine 3 geben. Der Schaum sieht ja auch wunderbar aus. Guckt euch den Schaum an. 3 also für die Farbe, 3 fürs Etikett. Jetzt kommt der Geruch. Bisschen was an der Nase hängen geblieben. Wie will man denn auch riechen, wenn der Schaum oben so extrem raushängt? Ich rieche auf jeden Fall gar nichts. Geruch auch 3 von 5, weil es riecht nicht schlecht, aber es riecht auch nicht gut. Es riecht einfach nur noch gar nichts irgendwie. Also 3 von 5, dreimal bisher. Wir haben aber noch den Geschmack. Ich denke jetzt schon, dass das wieder so wässrig ist und dann voll bitter im Abgang. Aber mal gucken, wir lassen uns natürlich überraschen. Okay, wässrig und bitter trifft schon mal. Schmeckt wieder wie ein Laikbier. Aber das Bittere ist nicht ganz so krass am Abgang wie andere. Es lässt sich aushalten. Ist für mich trotzdem auch nur eine 3 von 5. Das ist heute das mittlerste Bier der Welt. Aber was soll ich anderes machen? Was soll ich anderes tun? Das Original Kalea Glas erfüllt wieder mal seinen Zweck. Ich kann leider nicht mehr geben. 3 von 5. Probier nochmal ganz kurz. Beziehungsweise kommt das Bittere auch nicht danach, sondern ist eigentlich direkt präsent irgendwo. Aber es ist nicht zu unangenehm bitter, wenn wir es so nennen wollen. Ich bleibe bei 3 von 5 auf jeden Fall. Man könnte es gut trinken in einem Schluck. Man hat trotzdem den Nachgeschmack. Der Nachgeschmack lässt sich aushalten. Es könnte irgendwie angenehmer schmecken. Es geht aber auch noch schlimmer. Für mich, keine Ahnung. Ich kann mich nicht entscheiden. Weder bei da, da, da. Deswegen alles nur das Mittelmaß. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Habt ihr das auch schon mal probiert? Den, wie heißt der? Den Allgäu-Stoff? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Euer Ramses.